Willkommen zurück zur nächsten Aufnahme von Assassin's Creek 1. Ich komme da nicht hin. Wir haben es. Da kommen noch welche, wa? Was war das, verdammt? Und? Wir haben die Karte. Wie viele? Mindestens ein halbes Dutzend. Wir brauchen sie nicht alle. Wir sollten auch einen gewissen Schwund voraussetzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass noch alle funktionieren. Wenigstens zwei befinden sich auf Landmassen, die es gar nicht mehr gibt. Wir schicken Teams zu allen Standorten und finden es heraus. Immerhin brauchen wir nur einen. Und der Rest? Sammeln Sie sie ein. Wir dürfen nichts dem Zufall überlassen. Das letzte, was wir brauchen, ist ein verdammter Überlebender, der in der neuen Welt Ärger macht. Der Assassine? Wir haben, was wir brauchen. Töten Sie ihn. Halt! Sie wissen, wie die Dinger funktionieren. Wir können da nicht einfach rein spazieren. Was meinen Sie? Wir könnten ihn noch brauchen. Seine Erinnerungen. Ich empfehle, ihn festzuhalten, bis wir sicher sind, dass uns an den Fundstellen keine Überraschungen erwarten. Das ist Zeitverschwendung. Sie haben es doch selbst gesagt. Wir dürfen nichts dem Zufall überlassen. Also gut. Stellen Sie sicher, dass wir ihn nicht mehr brauchen. Dann töten Sie ihn. Gut. Untergraben Sie meine Autorität nicht. Ich habe ihn in den Arsch gerettet. Gehen wir. Wir haben noch viel zu tun. Machen Sie es sich nicht zu gemütlich. Wir kommen bald genug auf Sie zurück. Und was zum Teufel ist das? Gehen wir. Was war das? Was war das? Was war das? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020